Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit unserem Dachdeckerbetrieb, ein Mitarbeiter hat uns ein Haini-Video geschickt, wo dieser Tornado hier über die Straße fegte und da habe ich natürlich Gutes geahnt und daraufhin habe ich alle Mitarbeiter, unwissend ob wir hier Abhilfe schaffen sollen, angeschrieben, dass sie da bitte kommen mögen, weil ich geahnt habe, dass hier heute Abend noch ein längerer Aufenthalt stattfinden wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017